Hey Pizza, wo wir drei beide jetzt hier rumsitzen, weißt du was mir aufgefallen ist? Erzähl mal. Unsere Mitstreiter bei unseren Streams, die meckern immer, dass die Maps so schwer werden. Ist mir auch schon aufgefallen, ja. Hey, dann müssen wir irgendwas machen. Ich hab da so eine Idee. Nein, doch. Dann hau mal raus. Ja, wir holen uns einfach ganz viele Leute an Bord und bauen einfach viele Maps. Das Ganze nennen wir dann einfach Project X. Ja, dann. Let's färts. Let's färts. Das drauf hier. Das drauf hier. So, als allererstes rufen wir mal eben hier Mr. Knallgas an. Äh, hallo. Sag mal hier, was geht ab? Was machst du? Ich fahr ja ein bisschen. Ja, das interessiert mich gerade nicht. Hier, pass mal auf. Pizza und ich haben eine Idee. Projekt X, sag mal ja. Ja. Gut, danke. Alles klar. So, tschüssing. Okay, ciao. So, jetzt haben wir den Knaller abgefrühstückt. Wer fehlt denn noch? Ah, Lille. Hallo? Ja, Lille. Ramba, moin. Was geht? Ja, bei mir geht nicht viel. Olle Hundelunge, du pass mal auf. Pizza und ich, wir haben Projekt X am Start. Du musst ein bisschen lauter reden, du. Ich verstehe dich ja ganz schlecht. Pizza und ich, wir haben Projekt X am Start. Ich hab echt schweren Hunger, aber ich will noch erst mal ein bisschen tanzen. Was? Ja. Was? Was? Bist du dabei? Ja, du. Am Strand machen sie gleich die lecker Steakhouse-Panne. Okay, also schreibe ich dich mit auf die Liste. Ja. Ja, mach das, mach das. Alles gut. Alles klar. Bis später. Reingehauen. Ciao. Ja, das war ja mal ein interessantes Gespräch. Gut. Jetzt noch eine Rundmehl und dann läuft der Hobel. Ach, guck mal einer, schau. Die ersten Zusagen trudeln auch schon ein. Ja, dann mal ab zu Pizza hier. Hey, Pizza, stell dir vor, wir haben Zusagen von Lukas, Nille und noch ein paar Rabauken. Ja, mega. Das wird ja voll die geile Aktion. Ich hab richtig Bock drauf. Bis zum nächsten Mal.